iPad, E-Book, Reader und Tablet-PCs sind toll, haben aber ein Problem. Für richtiges Arbeiten taugen sie nicht viel, denn es fehlt ihnen eine Halterung oder Stütze. Wie gut, dass es da die Universalhalterung von Callstill gibt. Geräte mit einer Display-Diagonale von 24,63 cm sind hier perfekt aufgehoben und lassen sich endlich flexibel nutzen. iPad und Co. werden einfach waag- oder senkrecht in die Halterung gestellt und mit den Haltebügeln fixiert. Anschließend verriegeln sie die Haltebügel mit dem Lockschalter. Jetzt sitzt ihr Tablet bombenfest. Damit sie maximale Freiheit bei der Nutzung des Geräts haben, lässt sich die Halterung um 360 Grad drehen und vertikal schwenken. Für sicheren Stand sorgt der stabile, rutschfeste Fuß. Die Designhalterung von Callstill macht iPad und Co. zum komfortablen Arbeits- und Freizeitgerät. Eine richtig runde Sache. Profitieren auch Sie von so viel Komfort.